Die brotlosen Künste. Besser als vernünftig. Besser als eine vernünftige, sogenannte gescheite Arbeit. Besser als das, was dir dein Vater, deine Mutter immer gesagt haben. Mach bloß nicht irgendwas auf Schauspieler oder irgendetwas mit Malerei oder sonstige Sachen irgendwo, die abgehoben sind, die spinnert sind. Das machen nur die Verrückten. Deswegen studiere etwas Gescheites, mache eine gescheite Berufsausbildung und übe bloß keine brotlosen Künste aus. Aber die brotlosen Künste sind trotzdem etwas, was uns immer wieder anzieht, wo wir sagen, das ist mein Ideal, das möchte ich so gerne tun. Da ist mein Herz drin und das verfolge ich. Also ich kannte das zum Beispiel in dem Beruf des medizinischen Heilpraktikers. Ich weiß noch, wie ich damals in der Bibliothek meines Vaters gesessen habe und dachte mir, oh, das ist es, genau das. Nachdem dieses Studium da war und jenes Studium da war und mich nicht so recht wohl gefühlt habe in diesen ganzen Studiengängen und auch nicht eingesehen habe, dass man die vielleicht zu Ende macht oder zu Ende machen sollte, sondern ich dachte mir, nee, es gibt noch was Besseres. Und das, was ich nicht wirklich will im Leben, was mich nicht wirklich begeistert, was mich nicht wirklich anmacht, das mache ich nicht. Und so habe ich mich dann für diesen medizinischen Heilpraktiker durchaus auf holprigen Wegen entschieden und das dann gemacht, neben anderen Berufen, anderen Studiengängen und all den Dingen, die man so tut im Leben einfach auch. Also jetzt nicht so eine geradlinige Karriere, wie man das vielleicht erwartet oder wie das Eltern sehr gerne erwarten von ihren Kindern, sondern durchaus etwas hin und her und holprig und mit und zu unterschiedlichen Erfahrungen, die ich dann im Verlauf meiner Berufsausbildung und überhaupt auch der Erfahrung beruflicher Hinsicht gemacht habe. Aber diese brotlosen Künste, die wir ständig um die Ohren geschlagen bekommen, es gibt ganze Schauspielerdynastien, kann man fast sagen, die sich immer wieder gewünscht haben, dass ihre Kinder bloß nicht Schauspieler werden wie ihre Eltern, wie der Vater, wie die Mutter oder vielleicht sogar beide, die beide Schauspieler waren und sich dann eben auch so getroffen und gepaart haben als Schauspieler und die Kinder gezeugt haben, von denen sie dann nicht wollten, dass sie selber Schauspieler werden, weil das natürlich eine brotlose und schwierige Kunst ist. Du bekommst nicht ohne weiteres ein Engagement und es wird schlecht bezahlt und dann gibt es Zeiten, wie jetzt meinetwegen auch in dieser Pandemie wieder mal, wo es dann richtig schlecht bezahlt ist und richtig blöd aussieht und du gestützt werden musst und all das. Und deswegen brotlose Kunst. Wärst du doch wenigstens ein Beamter geworden oder wärst du doch wenigstens ein Handwerker geworden, denn Handwerk ist immer gefragt und Handwerk wird auch immer da sein, solange wir überhaupt Behausungen haben oder technische Möglichkeiten haben als Menschen, dann bist du auf der sicheren Seite und das ist natürlich dann keine brotlose Kunst. Aber diese Menschen, die so stur sind oder so beharrlich sind und sagen, nein, das will ich nicht, also ich will wirklich dieses Besondere, auch wenn es schwer ist, auch wenn ich mich durchbeißen muss, auch wenn ich besondere Leistungen bringen muss, Super-Hyper-Leistungen bringen muss im Vergleich zum Finanzbeamten oder einem Beamten bei der Stadt, Stadtverwaltung oder Stadtverwaltungsangestellter, es ist mir lieber, es ist mir wirklich lieber, diesen Aufwand zu betreiben, als mich da verkauft zu haben und gewissermaßen sogar, wenn man es übertrieben ausdrückt, prostituiert zu haben in einem Beruf, den ich wahrlich nicht liebe. Davon kann ich persönlich in meinem Leben ein Lied singen und ich sehe immer wieder in meinen Beratungsarbeiten und Begleitung von Menschen, wenn das Menschen nicht tun, wenn sie dann aus Nüchternheit, aus vernünftigen Entscheidungen etwas studieren, eine Berufsausbildung machen, etwas tun, was sie eigentlich nicht tun wollen, dann bekommen diese Menschen früher oder später Probleme, ganz unterschiedliche Probleme. Das wenigste ist noch oder das geringste ist noch, dass sie einfach immer wieder unglücklich sind und unzufrieden sind und sich langweilen. Das Schlimmere ist schon, wenn sie dann krank werden und Psychosomatosen entwickeln und all diese Geschichten oder eine noch schlimmere Stufe ist, wenn sie andere Menschen darunter leiden lassen und wenn sie so richtig die Sau in diesem ungeliebten Beruf rauslassen, indem sie sich einfach vermehren und zeigen müssen und all das und dann passieren wirklich ganz schlimme Dinge. Es hat also immer wieder Folgen. Das ist so meine Feststellung, die ich in den Begleitungen immer wieder mache. Und so ein ganz wichtiger Anlass in der Anamnese, wenn ich jetzt eine Anamnese mache, um da ein bisschen cleanscher zu werden, ist, bist du zufrieden in deinem Beruf, in deiner Tätigkeit? Und dann kommt oft auch ein verdruckstes Nein zunächst mal, Ja zuerst mal. Also, wie bist du zufrieden? Dann sagen die Ja. Aber ich merke so, ach, das Ja ist halbherzig. Und beim zweiten, dritten, vierten Mal nachfragen merke ich, dann ist es überhaupt nicht so. Sie haben nur so getan, als ob. Und das ist auch etwas, was ich nicht mag, zum Beispiel in irgendwelchen Studienlagen heutzutage. Man fragt Fragebogenpauschalaktionen ab. Ja, nein, ist es richtig, fühlst du dich wohl und all das? Stimmt, stimmt nicht und so weiter. Diese berühmten Punkte und diese ganzen Skalierungen, die in den meisten Fällen erlogen sind, stinkeweise erlogen sind, weil derjenige, der eben da interviewt wird, denkt so, oh, wenn ich da ein falsches Licht auf mich fallen lasse, dann wird das irgendwie schlecht. Also, ich sage hier auch ganz so, by the way, ich werde darüber nochmal ein eigenes Audio machen, die meisten Menschen lügen sich einfach und lügen anderen Menschen etwas vor. Und es ist nicht die Wahrheit und es ist nicht das, was stimmig ist. Wenn Sie dann bei jemandem sitzen wie bei mir, wo dann sehr schnell ein wie auch immer geartetes Vertrauen entsteht, also man kann gar nicht anders als zu einer gewissen Wahrheit kommen, dann kommt sehr schnell, eigentlich liebe ich es nicht und deswegen habe ich eigentlich Probleme und deswegen möchte ich jetzt einfach nochmal zum Beispiel Heilpraktiker für Psychotherapie werden oder ich studiere jetzt nochmal Psychologie oder ich mache einen Theaterworkshop und ich tue mich in der Kunst an, was Beltracki geschafft hat, das schaffe ich auch. Und selbst wenn ich erstmal kein Bild verkaufe, ich bin einfach froh, wenn ich male und das entspannt mich, das tut mir so gut und dann versuche ich einfach mal mein Glück und notfalls gibt es dann von mir aus Grundsicherung, wenn du es nicht schaffst. Das ist alles besser, als eben das Falsche gemacht zu haben, wo man dann wirklich ein leidliches Einkommen hat und sogar ein gutes Auskommen, aber letztendlich doch unglücklich ist. Also hier wirklich das Plädoyer für die brotlosen Künste, wenn dir danach ist und wenn du einen ungewöhnlichen Beruf haben möchtest, eine ungewöhnliche Passion mit all dem Glück und Unglück, das es da gibt und all dem Aufwand, aber in der Glücklichkeit, ich habe da etwas gemacht, was mich wirklich immer wieder erfüllt hat, auch wenn es Tage gab, die grundschlecht waren und grottenfürchterlich waren, aber letztendlich, summa summarum, war das mein Ding, das war mein Ding. Da ist mein Herz entlang gegangen, so wie das Herz entlang geht, wenn ich mich in jemand verliebe und sage, das ist diejenige, die ich will, das ist derjenige, den ich will und das zieht mich an und ich kann nicht vorbei und es ist turbulent und es ist holprig und du kommst dir nicht entgegen und es passiert nicht, aber letztendlich finden sie sich dann doch, so was ist es, genau das, damit vergleichbar. Das heißt also, wo deine Liebe hingeht, Herz heißt ja Liebe, wo geht dein Herz hin und wo geht deine Liebe hin? Du liebst die, das, diesen Beruf, diese Passion, egal was es ist, ob du nun Töpfer bist, ob du Briefeschreiber bist, ob du Romancier bist, der nur von fünf Leuten gekauft hat, spielt gar keine Rolle. Hauptsache, du hast es getan und irgendwo, in irgendeiner Instanz, in irgendeiner Befindlichkeit wird es dann schon belohnt werden, in dem Sinne, wie du Belohnung brauchst, zu sagen, naja, ich habe immer nur das gemacht, was ich wirklich wollte, wo es mich hingezogen hat, was ich in dem Sinne tatsächlich geliebt habe. Und dann ist das gut, selbst wenn du Hartz IV bist und all diese Geschichten. Angst vor materieller Armut ist nicht wirklich eine Angst, die sich lohnt. Also nicht in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Natürlich ist das schwierig, da rumzustrampeln, aber mein Gott, dein Leben ist qualitativ wesentlich höher, weil du tust es einfach und bist da drin. Und ich meine jetzt nicht Faulheit, sondern tatsächlich in diesem Engagement, in diese sogenannten brotlosen Künste hineinzugehen. Und zu sagen, also ich erlebe das bei meinen Heilpraktikerschülern immer wieder und Teilnehmern in den Kursen immer wieder, wo ich mich dann frage, mein Gott, haben die eine Ahnung, wie das so ist, freiberuflich in einem Beruf zu bestehen und welches Engagement das eigentlich braucht. Und vorher waren sie in einem sicheren Angestelltenjob, der sie natürlich unglücklich gemacht hat oder einfach nicht mehr ausgereicht hat. Und ich denke mir, dann wissen die, was auf sie zukommt. Natürlich wissen sie es nicht. Und insofern ist es wichtig zu sagen, naja, wenn dein Herz da entlang geht, dann tu es mal. Dann kann deine Praxis vielleicht funktionieren. Dann kriegst du vielleicht einen Angestelltenstatus und all das in der psychosomatischen Klinik für 600 Euro. Oder vielleicht kriegst du nur das Essen und vielleicht so ein Zimmerchen unter dem Dach, wenn du Glück hast in der Art. Aber es ist besser, so zu sein und in diesem Engagement zu sein, als 3.000, 5.000 Euro netto zu haben und dabei vollkommen unglücklich zu sein und unter den Tisch gefallen zu sein in der Form. Also das ist tatsächlich so. Insofern immer wieder notfalls das Plädoyer. Geh da entlang, was dich anzieht und kreiere deine Berufe vor. Oder erfinde dich so neu. Also das ist sehr wichtig auch. Viele Menschen müssen sich immer wieder selbst erfinden und selbst machen und selbst dadurch bestätigen und all das. Das ist vollkommen in Ordnung. Und das ist eben tausendmal besser, als ewig nur immer wieder vernünftig zu sein und einen vernünftigen Weg zu gehen. Und woher kommt denn dieser vernünftige Weg? In den allermeisten Fällen von unseren Eltern, also von wichtigen Bezugspersonen, die uns immer wieder suggeriert haben. Und das ist dann so ein Introjekt in uns geworden. Bleibe bei dem vernünftigen Ausgleich. Es ist eine Fremdbestimmung. Es ist nicht das, wo es wirklich entlang geht für dich, weil du eben diese innere Unvernunft hast, deinen Weg zu gehen. Es ist deine Entscheidung und es ist natürlich deine Verantwortung und deine Konsequenzen letztendlich, aber immer wieder lohnenswert. Auch gerade die brotlosen Künste und ich sehe es jetzt gerade auch bei Menschen, die Interesse haben am Film oder am Schauspiel oder überhaupt auch irgendetwas vollkommen Alternatives zu produzieren. Tut das! Macht das! Das schafft eine neue Kultur, das schafft eine neue Gesellschaft, das schafft neue Politik, Bewusstseinsformationen, egal wie man das nennen mag. Es ist immer lohnenswert, so etwas zu tun, als sich von vornherein in ein Korsett und in Korsette einzuengen, die man eigentlich nicht mag und wo man früher oder später das hinschmeißen will, weil man sagt, das taugt nichts und das will ich nicht und das ist eigentlich nicht meins.